Es gibt drei Corona-Fälle beim Rekordmeister Bayern München. Matthias, was ist da los? Ja, der FC Bayern und das Thema Corona, es kommt nicht zur Ruhe. Unser Reporter Tobias Altschäffel hat recherchiert, dass es aktuell drei neue positive Fälle beim FC Bayern gibt. Ein Spieler ist darunter, das ist Josep Stanisic, der gerade mit der kroatischen Nationalmannschaft unterwegs war. Dann ist es noch der Teammanager Bastian Wernscheid und einer aus dem Team der Videoanalysten. Der FC Bayern hatte das offenbar sehr, sehr gut organisiert. Denn es hat gestern eine Testung in der Tiefgarage erst mal gegeben. Das heißt, alle sind mit dem Auto gekommen und wurden dann im Auto getestet und hat sozusagen die Ergebnisse abgewartet. Und bei denen, die dann positiv waren, eben diese drei direkt entschieden, nach Hause zu fahren, häusliche Isolation. Und insofern sieht es derzeit danach aus, nach dem ersten Stand, dass es keine weiteren Folgen für Spieler des FC Bayern hat. Die haben ja gestern alle wieder zum ersten Mal trainiert. Also aktuell ist es vor allen Dingen der Spieler Stanisic, der jetzt natürlich nach dem positiven Ergebnis vorerst sich in häusliche Isolation begeben muss. Auch das nächste Spiel kann stattfinden. Das nächste Spiel kann stattfinden. Ohne Stanisic definitiv. Voraussichtlich ohne Süle, der ja letzte Woche positiv getestet worden war und auch Symptome zeigt. Aber insofern ist aktuell nicht gefährdet, dass eine größere Gruppe von Bayern-Spielern da ausfällt am Freitag in Augsburg. Trotzdem gerade Bayern München natürlich. Wir hatten aufgedeckt, dass es dort eben, ich glaube, insgesamt fünf Spieler gab, die nicht geimpft waren. Das hat für großes Aufsehen gesorgt. Ich weiß nicht, ob ihr beide auch, Philipp und Matthias, dass ihr da einer Meinung seid, sollten, Philipp, Fußballprofis generell alle geimpft sein, als Vorbild sozusagen auch. Und weil Zuschauer ja eben nur mit 2G-Regeln in die Stadien können. Ich würde jungen, perfekt trainierten Fußballern ungern vorschreiben, ob sie sich impfen lassen oder nicht. Ich halte das für eine absolut freiwillige Entscheidung. Ich glaube, Markus Söder hat das hier gestern gefordert. Markus Söder kann übrigens laut Gesetz, wenn er es denn möchte, Impfpflichten verordnen, allerdings nur für besonders gefährdete Gruppen. Und davon hat er einige noch nicht geimpft. Also wenn es wirklich darum geht, Leben zu retten und man nur noch die Impfpflicht sieht als Möglichkeit dieser Rettung, dann sollte man sich, glaube ich, nicht auf Fußballprofis konzentrieren, sondern auf ältere Menschen. Matthias, deine Meinung? Ja, Philipp und ich diskutieren sehr, sehr viel und häufig auch sehr kontrovers zum Thema Corona. Und in dem Fall sind wir aber wirklich völlig auf einer Linie. Also eine Impfpflicht für Fußballprofis ist völliger Unsinn. Die Impfquote ist dort schon bei 90 Prozent. Also man sollte, wenn man fürs Impfen ist, eher sagen, die restlichen Bürger sollten sich ein Beispiel an den Fußballprofis nehmen. Eine Impfpflicht für Bundesliga-Profis wäre reiner Populismus. Okay, wenn ihr einer Meinung seid, dann müssen wir weiter sprechen. Machen wir Schluss hier. Langweilig. Alles klar.